Willkommen zurück auf meinem Kanal. Darum war Mercedes langsam. Aufgrund der Höhenlage der Rennstrecke und der daraus resultierenden Motorüberhitzung konnte Mercedes am Freitag nicht überzeugen. Aus Sicherheitsgründen mussten sie den Motor ein bisschen drosseln. In Mexiko sind die Anforderungen für den Antrieb, das Chassis, die Kühlung und die Reifen ungewöhnlich. Sie wollen nach Antworten suchen. Das Team aus Brackley war am Freitag 1,2 Sekunden hinter Red Bull, welches beide Trainings gewann. Verstappen defekt geklärt. Der Niederländer rollte zum Ende des zweiten Trainings aus. Ein Hydraulikschaden zwang Verstappen zum Aufgeben. Eine Strafversetzung ist laut Teamchef Christian Horner aber nicht zu erwarten, da er noch einen straffreien Antrieb zur Verfügung hat. Haas nächste Saison in anderen Farben. 2019 bekommt das US-Team erstmals einen Titelsponsor. Der Name Rich Energy. Da das Unternehmen die Farben schwarz und gold im Logo hat, könnte das auch auf dem Auto zu sehen sein. Unten in der Beschreibung findet ihr eine Designstudie, wie der nächste Haas-Polide möglicherweise aussehen könnte. Latifi ein weiteres Jahr in der Formel 2. Force India-Tester Nikolas Latifi, der gestern für das Team im ersten freien Training unterwegs war, wird ein weiteres Jahr in der Formel 2 fahren. Für den Kanadier wird es die vierte Saison sein. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.